Precation? Ähm, zersplitter, zersplitterte Mindfactory hacken 2 Drenn 50, 2 Drenn 50 und 1 Drenn 50 2 Drenn 50, 1 Drenn 50 und 2 Drenn 50 Das ist so lustig Precation? Ähm, zersplitter, zersplitterte Mindfactory hacken Eigentlich bei so ner Ablöse müssten wir halt eigentlich OP wegziehen Warte, ich block dir mal Hälfte Die haben halt viel mehr Blöcke jetzt als wir Das ist halt schwer das so als Spieler dann zu entscheiden MLG, äh, Jump, sorry Nein, äh, Schwert dabei MLG, 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 nimm's Bad, 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 Bad Loll, seine Heats Eine One Stick, One Stick, One Stick, Joggo, One Stick, Bad, 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 Bad Sorry, ich kann echt nicht alles sehen, wenn die so übel weit oben sind und dann auf einmal One Stick unterkommen MLG, 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 vorne, 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 vorne Alter, sehr gut Gut gemacht MLG Erster Nebens Bett, nebens Bett, nebens Bett, nebens Bett Der andere auch Der andere ist ganz oberste Ich bin der erste Ich bin der erste Oh mein Gott, der Gegner Unfassbar, doll Ja, nebens Bett Naja, nebens Bett Wo ist der? Der müsste aber noch so reinkleiden, dass er da war und fällt Der könnte aber noch so reinkleiden, dass er da war und fällt noch ein shot down aus immer noch kurz Blicke wo warst du warte ich komm gleich kampf hin andere MLG-Gro ist halt geschafft ja ein shot fliegt sich runter kill nice jetzt weakern die spielen also am 10 tisch und sind ja echt nicht stark nochmal 4 oh ne ich hoffe unsere Base wird immer geschwinkt hab ne Mutter geschossen nice er lebt noch er lebt noch nice aber trotzdem er will auf mich drauf geben Waffe ich würde ja nach oben kill deep ja ich hab noch dazu zu bekommen nimm den Staff aus der Chest ich konnte jetzt echt die Swapen ich hab dann so komisch zu bekommen Staffen waren gut ich mach Ender Chest jetzt ich mach Ender Chest jetzt ne ja ok doch für 8 Schafe ist wenig weg aber aber die ersten vier haben oder die letzten hier überhaupt noch nicht jetzt können wir wieder gut bauen warte komm ich glaub der hat auch drin auch wenn der nicht so krass drückt aber ja guck unser Bett ist gut eingebaut aber es ist gut genug eingebaut damit man sowas stand halten kann haben wir irgendwo Eisen ja wie viele brauchst du achso ja gut dann gehen wir in dir guck mal junge Tom wir sind grad unten so weit gekommen ne ja man ah fuck wollen wir durchziehen Tom einer Base ne oh fuck hier nimm welche jetzt eine Erste er hat die Ungebracht ich hab's da oben weg das ist kannst du mir Dings geben essen hey wie trifft der mich fuck fuck meine Schafe waren ganz gut er hat jede Schicht zu zur Hälfte weg äh wir können was hast du für ne Picke ich hab Holz ich hab Steine ich hab 4 Schafe Tom warum kaufst du ne Stellenpicke beim unten gehen weil wir gleich durch sind und das ist eigentlich ganz gut das aber dann bau 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 warte 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 Tom wenn wir durchkommen ich geh auf jeden Fall auf knocken du auf Bett ok ja ja dann müsstest du doch zuerst oder nein du baust ich komm nach und knock den weg wir hatten doch jetzt die ganze Zeit keinen 13 ja 3 dann bin ich voll du musst ja ich muss ja tanken ich kann halt echt nicht suchen alleine nice wir haben ein Problem jetzt regen hatten die einen 13er nein wir können TNT machen ja versuch mich von oben ins Bett reinzuzublieben ja mach mir ein paar ECs ich knock den jetzt aufm Bett ok 3 2 1 go 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 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 6 6 5 5 5 6 6 7 4 1 2 1 1 1 4 4 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 Niko, was sagst du jetzt dazu? Und jetzt auf einmal so, oh lol.